Ich habe es gerade so aus Gulran geschafft. Mein Freund Erdin hatte weniger Glück. Ich ging zurück, um seine Überreste zu holen und... Nun ja, die Kannibalen haben nicht viel übrig gelassen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, diesen blutigen Sack durch die halbe Steppe zu schleppen. Erdin war nicht besonders gut, auf seine Familie zu sprechen, aber trotzdem gehört er nach Farobu. Verdammt! Bitte, falls ihr dorthin reist, könntet ihr Erdin zu seinem Vater bringen? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Geht, falls ihr dazu? Ich schlauze ihn. Geht, hör? Ich sehe ihn nicht. Ich habe einen Schlauch in diesen Schlaf-Babbel sch clue. Geht. 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 Das war's. 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 Das war's.